Hallo Leute, willkommen zu einem Avatar und Happy Wheels, heute mit den Leveln von... Ist egal, weil ich einfach nur nach einem tollen Begriff gesucht habe. Ich hatte gerade eben die tolle Idee, um nochmal den Stream für Samstag zu umwerben, nach Ugly zu suchen, denn da werden wir dir die ekelhaftesten Gesichter vorstellen. Und das habe ich noch nie gemacht, ich habe immer nur nach Germnets Play gesucht oder nach GLP TV. Und man kann natürlich auch einfach mal andere Begriffe angeben. Wenn da irgendwie einen toren Begriff kennt, dann kann ich den ja auch mal eingeben. So, Ugly Easy First Level. Hat ne gute Bewertung, aber auch nur ein Vote, wahrscheinlich vom Ersteller. Och nein, ey, ach nee, komm, ich weiß gleich aus, ich brauch gar nicht aufpassen, ich kann nicht so... Okay, ach man, wisst ihr, wenn ich so ne Scheiße erzähle, dann wünsche ich mir immer, dass es einfach klappt. Wie geil... Alter. Nein. Wie geil wäre das gerade bitte gewesen, hätte ich das direkt geschafft. Oh nein. Oh Gott. Aber knapp. Heidewitzka. Heidewitzka. Komm nach vorne, Robben, ich bin nämlich ne kleine Robbe, so. Ja. Nein. Boah, Alter. Das wäre jetzt aber mehr Glück als alles andere. Mehr Glück als Pech. Oh nein, ach man. Oh, schade. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Dann müsste man wohl ein neues Level spielen. Ah, Bälle werfen. It's ugly, but fun. Generell ich. Okay, ich hör auf. Komm schon. Oh, okay. Nein. Nein. Ah. Ah. Okay. Ich hab mich gerade ganz kurz sicher gefühlt. Ich kann noch gewinnen. Ich kann noch gewinnen. Ich warte jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Wie geil ist das denn, Alter. Ach, mein Leute. Aber cool. Erst die Schwerte davon um, die ich abwehre. Und dann nochmal von rechts ein paar. Aber das ist doch scheiße, Leute. Oh, fuck. Nee, das ist scheiß bewertet. Das will ich nicht. Impossible. Gut. Äh, genau. Das erwähne ich immer. Denn ich kenne das Problem sehr, sehr gut. Das hat ja auch extra beim letzten Flashmob gesagt. Ey, Leute. Bitte. Entscheidet euch nicht, fünf Minuten bevor der Flashmob beginnt, da noch mit teilzunehmen. Denn Aion ist, glaube ich, 30 Gigabyte oder so groß. Und das dauert bei mir Ewigkeiten. Ach, nein. Oh, fuck. Deswegen, wenn ihr euch da registrieren solltet. Oh. Bitte tut das am besten so schnell es geht. Denn nachher können wir nachher nicht mehr mitmachen. Na, Rezeption war das jetzt. Habt ihr mitbekommen, Leute? Oh, fuck. Oh, oh, oh. Oh, ha, hi, ha. Oh, Gott sei Dank. Oh, nee. Oh, scheiße. Oh, nochmal nach vorne. Was sind gehen, ey? Das geht gar nicht. Hä? Oh, oh, oh. Ah. Oh, 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 oh. Oh, nee. Oh. Oh. Oh, das ist doch knapf. Aber, oh, nee. Nein. Och, fuck. Komm, warte. Ja. Ja. Aber denk. Denk dran. Oh. Das über dem. Na, fick dich doch. Spitz den Link zu machen. Denn dadurch kriegt ihr halt diesen Emote. Oh. Und dann könnt ihr den Buggy tanzen, Leute. Das ist aber alles in der Beschreibung wahrscheinlich nochmal ganz oben verlinkt. Damit ihr Bescheid wisst, worüber ich hier gerade überhaupt rede. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass einige einfach gar nichts mitbekommen. Ich meine, es gibt sogar Leute, die einfach fragen, hä, warum kommt denn kein Ware mehr? Hä? Und da war es dann in der letzten Folge gestorben. Selbst wenn ich, sagen wir mal beispielsweise bei der letzten Folge von Trouble in Terrorist Town, wenn ich da erwähnen würde, ganz, ganz am Anfang, dass hier jetzt keine Parts mehr kommen nach diesem Part. Danach finden immer noch total viele Leute fragen, hä, warum kam denn jetzt kein, kein TTT mehr? Nicht, weil sie jetzt den Grund wissen wollen, weil sie sich denken, hä? Tja, der letzte Part war doch so toll, ich hätte gerne noch einen und ich verstehe nicht, warum der jetzt nichts mehr hochlädt. Oh Gott. Oh. Wenn man jetzt fragt, weil man wissen möchte, warum das denn jetzt allgemein nicht mehr kommt, ist das ja okay, aber es gibt halt echt viele, die dann das einfach gar nicht mitbekommen, obwohl das im aktuellsten Part erwähnt wurde. Obwohl ich da dann nicht verstehe, warum will man denn einen neuen Part, wenn man den vorherigen noch nicht gesehen hat? Das ist echt komisch. Ach. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich erst den Sinn. So kommt man da also auch hin. Oh, fetterein. Hallo. Ah. Kurz abgekackt. Äh. Ugly City. Ah. Die hässlichste Stadt der Welt. Ah. Oh. Bin ich tot? Oh, nee. Nur im, oh, nur im Rücken wollte ich gerade sagen. Ja. Oh, ich bin mir, du schaffst das. Ach, oder auch nicht. Tschüss. Okay. So. Übertrieben hässlich ist es jetzt auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ach, scheiße. Verkackte Scheiße. Ich hasse mein Leben. Aber ich glaube, da war das Ziel. Alter, ich lebe. Oh Mann. Ich darf da nicht. Man darf da einfach nicht sein. Man darf da nicht in einem Horrorspiel sagen. Horrorspiel. In einem Horrorfilm sagen. Und auch nicht bei Happy Wheels anscheinend. Komm, einfach alles nach vorne schieben, weil ich's cool bin. Ah. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Obwohl, vielleicht lebe ich noch weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich kenne mich mit dem menschlichen Körper nicht aus. Vielleicht schafft man das ja immer noch zu leben, wenn man so kaputt ist. Mit das behindert, wenn das echt einer denken würde. Hm. Ich habe nur noch einen Oberkörper. Glaubt ihr, ich kann so leben? Vor allem ohne Kopf. Wait for screen. Ah. Okay. Sogar mit Story. Das ist schön. Das ist schön. Musste gerade erst mal lesen, deswegen. Nicht wundern. Press up and space to beginn. Okay. Ah. Ah. Ui. Ui. Ah. Nein. Hörbe. Ma. Er ist aber auch richtig behindert, weil... Wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn wegkriegen, dass... Ekelhaft... Achso. Ganz richtig runterballern. Einfach durchfahren. Alles okay. Alles okay. Nee, ich mach das schon. Ich mach das schon. Bin ich da unsterblich drin? Shape Limit. Ja. Das ist natürlich auch kacke, aber... Irgendwo muss es auch ein Limit geben. Bei der Level-Erstellung. Sonst erstellen nachher irgendwelche behinderten Kinder per Programm 1000 Level, die riesengroß sind und kackt die Seite noch mehr ab. Ach ja. Immer diese Skript-Kiddies. Oh man. Ja, you can do it. Ja. Das konnte ich lesen. Oh man. Oh. Sehr beeindruckend, der Flug. Gipfel mir fünf Sterne. Ja. Hm. Ugly little troll. Was ist denn heß wie gar troll? So einen Weg rausfinden. Ah, guck mal. Ha 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 ha. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Danke für die Info, wusste ich nicht. Hä? Hä? Nee, ich stoppe nicht. Nein! Nein, ich muss echt stoppen! Ha! Oh Gott. Oh Gott. Oh nee. Oh. Noch eine Runde. Ey, was ist denn los? Was ist denn los hier? Go. Was? Blastreams makes flight more difficult. Was? Ich glaube ich schaff das nicht. Kann man das aktivieren? Nee. Hä? Hallo? Wie soll ich denn noch lang kommen? Ich verstehe das Spiel nicht. Oh! Oh. Oh. Ja. Hä? Oh. Oh Gott. It is possible. Was? Das ist doch nicht möglich. Das nee, das, das nee, das ist doch nicht möglich. Oh scheiße, mein Rad. Oh nein. Nein. Boah, ist das ätzend. Bei solchen Leveln kriege ich echt Krebs. Komm. Ich kann das, die einzige Möglichkeit, das zu schaffen. Ja, komm. So. Ja. Natürlich, wenn das, wenn das Rad kaputt ist, geht das natürlich auch richtig gut. Alter, ist das ätzend. Ist das jetzt nochmal kaputt gegangen? Ah, aber es dreht sich, glaube ich, besser. Das ist doch schon fast wie ein richtiges Rad hier. Ja. Oh, fuck. Nein. Timmy? Ja, ich lebe noch. Hi, Leute. Ich bin Timmy. Ich bin elf Jahre alt und vergewaltige gerade meinen eigenen Vater. Oh ja. 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 Geil. Oh. Okay. Nochmal? Ja komm. Kann natürlich jetzt gerade ein bisschen laut gewesen sein, aber ich wollte das halt authentisch machen, Leute. Ich wollte das authentisch machen. Nee, stopp nicht. Ach man, ich wollte doch gar nicht stoppen. Stopp. Okay. Wait. Ah. Go. So funktioniert das also. Aha. Ab nach oben. Warum bricht der sich da eigentlich immer irgendwas? Ich verstehe das nicht, das Spiel. Ja, boah. So ist es noch viel einfacher. Huh. Hä? Geisterlich. Hä? Ich bin verwirrt, echt. Ich verstehe das ganze Spielprinzip da nicht. Was ist denn toll? Ist das eher Harry Potter? Ich glaube schon. Oh ja. Ich würde ja eher rechts lang gehen, weil das... Okay. Final Stretch. Hä? Okay. Okay. Können wir machen. Oh nein. 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 Oh. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu gucken wegen dem Flashmob. Ich hoffe ihr macht mit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss Leute. Bis dann. Schon gesagt, dass er ein Papa werden soll. Die weiß ich nicht. Tschüss. Fünf Sekunden Gedächtnis. Auf Wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020